Hallo und willkommen zu einem kurzen Einblick in ein paar interessante Spiele, die nächste Woche veröffentlicht werden. Da ich generell von vielen Spielen fasziniert bin und mich auch gerne über neue Spiele informiere, dachte ich, dann kann ich das ja auch gleich in Videoform machen, dann habt ihr auch was davon. Die Idee ist, dass ich mir eben sieben Spiele raussuche, die in der kommenden Woche veröffentlicht werden und sie mir kurz mit euch gemeinsam anschaue. Ich versuche die Spiele irgendwie nach meinem Interesse zu ranken, mal schauen, wie das so klappt. Also, los geht's mit Platz 7. So, auf Platz 7, das Spiel The Labyrinth, das Labyrinth. Es erscheint am 7.8.2024 und hat die Genres-Action, Abenteuer, Gelegenheitsspiel und natürlich Indie. Entwickelt wurde es von Deleter2435 und gepublished wird es von Biodrift Studios. Beides habe ich zumindest noch nicht gehört. Nichtsdestotrotz, lasst uns mal die Beschreibung des Spiels ansehen. Renne mit deinen Freunden durch mit Fallen gespickte Labyrinthe. Erreiche die goldene Truhe in The Labyrinth als erster. Kannst du entkommen? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich finde die Idee hinter dem Spiel relativ gut. Deswegen habe ich es auch mal als Platz 7 hier aufgenommen. Meiner Meinung nach hat es als Gelegenheitsspiel, beziehungsweise als Partyspiel, echt viel Potenzial. Es erinnert mich entfernt oder nicht ganz so entfernt an Fall Guys, nur eben in einem anderen Setting mit wahrscheinlich nicht so vielen gleichzeitigen Spielern. Also ein Wettrennen gegen Freunde ist für mich schon was Tolles. Das trifft zumindest meine kompetitive Ader. Wenn das Spiel jetzt noch gut umgesetzt ist und eine gute Gameplay-Loop hat, kann man sich das echt mal ansehen. So, dann kommen wir noch zu ein paar Details zum Spiel. Es ist sowohl im Einzelspieler spielbar, als auch im Online-PvP. Wäre hier auch komisch, wenn nicht. Aktuell ist das Spiel nur auf Englisch verfügbar. Es gibt keinerlei deutschen Texte, beziehungsweise Audio. Es ist auf jeden Fall verfügbar für PC. Was schön ist, sogar auf Windows, Mac und Linux. Ob es auf andere Konsolen kommt, das weiß ich leider nicht. Das konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Es wird definitiv auf Steam erscheinen. Auch hier konnte ich keine anderen Plattformen oder Stores finden. Und zum Preis, ich weiß es nicht genau. Ich vermute aber, dass es Free-to-Play ist. Hier gibt es keine offiziellen Hinweise bis jetzt. Auf SteamDB, wo ich viele Daten hierher habe, steht unter Family Sharing, dass es bei kostenlosen Spielen eben nicht erlaubt ist. Und ja, deswegen vermute ich, dass es Free-to-Play ist. Das wäre für so eine Art Spiel auf jeden Fall auch sinnvoll, damit man überhaupt die Player-Base zusammenbekommt. Insbesondere als neuer, beziehungsweise unbekannter Entwickler. Also ich finde, wie gesagt, das Konzept relativ gut und bin echt gespannt, wie das Spiel dann ist, wenn es rauskommt. Auf Platz 6 haben wir den 2D-Plattformer Nightlight. Das Spiel erscheint am 9.8.2024 und es gehört dem Abenteuer-Genre an. Entwickelt wurde es von Luminosity. Der Entwickler beschreibt das Spiel als ein 2D-Puzzle-Plattformer, in dem du dir deinen Weg durch die Dunkelheit erleuchtest. Spiele als Licht und erkunde eine verlassene Zivilisation, in der du eine Rüstung findest, die scheinbar magische Eigenschaften besitzt. Rüste dich mit den Kräften der Rüstung aus, um deine Lichtmagie zu kanalisieren und herauszufinden, was dieser seltsame Ort verbirgt. Das Spiel hat es auf meinen persönlichen Platz 6 geschafft, da ich zum einen den Artstyle ziemlich gut finde und zum anderen, weil das Spiel auf den ersten Blick so wirkt, als hätte sich der Entwickler echt Mühe gegeben und das finde ich immer klasse bei Indie-Spielen. Es handelt sich bei Nightlike um einen kostenlos spielbaren Singleplayer, 2D-Plattformer, der aktuell nur in englischer Sprache verfügbar ist. Soweit ich weiß, kommt das Spiel auch nur auf PC und ist dann auch nur unter Windows spielbar. Andere Stores konnte ich bis jetzt nicht finden. Es wird wahrscheinlich erstmal eben nur auf Steam erscheinen. Der Artstyle und das düstere Setting haben auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Und nun weiter zu Platz Nummer 5. Deathbound wird am 8. August 2024 veröffentlicht und findet sich in den Genres Action, Abenteuer, Indie und Rollenspiel. Entwickelt wurde es von Trial Forge Studio, gepublished wird es von Tate Multimedia. Das Spiel wird als schweres Souls-like beworben und ist beschrieben als Action-RPG in einer Welt im Widerstreit zwischen Glauben und Wissenschaft. Absorbiere die Essenzen gefallener Krieger, um ihre Kräfte und die Fähigkeiten zu nutzen. Überlebe in einer brutalen Realität, in der Leben und Tod sich bekämpfen wie nie zuvor. Ich finde tatsächlich das Setting und die gezeigten Kampfmechaniken ganz cool. Ich persönlich habe jetzt nicht unbedingt das Talent für schwere Souls-like Spiele, bin aber dennoch relativ interessiert daran. Nun gut, dann schauen wir uns noch ein paar Details an. Es ist ein Singleplayer-Spiel, das deutschen Text bei englischem Audio unterstützt. Des Weiteren werden Controller komplett supported. Auf Steam haben wir bei diesem Spiel zumindest auch Achievements. Es erscheint, soweit ich weiß, für Windows, Xbox und PS5. Auf dem PC ist es auf den üblichsten Stores erhältlich, also zum Beispiel Steam, Epic und GOG. Bin hier echt mal gespannt, was die ersten Spieler-Reviews ergeben. Jetzt aber auf zum nächsten Platz. Auf Platz 4 hat es das Spiel Cat Quest 3 geschafft. Es erscheint ebenfalls am 8. August 2024. Auch dieses Spiel ordnet sich in die Genres Action, Abenteuer, Indie und Rollenspiel ein, wird aber doch fundamental anders sein als Deathbound. Entwickelt wurde es von The Gentle Bros und veröffentlicht wird es von Kepler Interactive. Das hat man, also zumindest ich, schon ab und zu mal gehört. In Cat Quest 3 entdeckst du als Cat-System eine frei erkundbare 2,5D Open World, in der es von Piraten nur so wimmelt. Erkunde mit deinem Schiff die Meere und finde Schätze. Aber gib Acht, denn der Piratenkönig hat es auf dich abgesehen. Wie bei den ersten beiden Teilen finde ich den Artstyle ziemlich genial und die Katzen sehr putzig. Gameplay-technisch kann ich leider nicht zu den ersten beiden Teilen sagen, die liegen noch auf meinem zu spielen Stapel. Nun gut, sehen wir uns auch hier noch ein paar Details an. Es ist sowohl im Einzelspieler als auch im Koop mit geteilten Bildschirmen spielbar. Auch hier haben wir volle Controller-Unterstützung und auf Steam haben wir wieder Errungenschaften. Sprachtechnisch sind wir hier mit Deutsch, Englisch, Französisch auch ganz gut aufgestellt. Genau. Das Spiel kommt, soweit ich weiß, auf PC, Xbox und PS5 als auch auf das Steam-Deck und die Nintendo Switch. Was die verschiedenen PC-Stores angeht, habe ich hier momentan nur Steam gefunden. Epic und GOG werden das aber bestimmt auch irgendwann listen. Zumindest die Vorgänger haben sie ja auch. Der Preis-Release liegt bei 17,99 Euro auf dem PC. Auf das katzentastische Abenteuer bin ich echt gespannt. Ich persönlich werde aber wahrscheinlich erst die beiden Vorgänger spielen wollen. So, dann schauen wir mal, was es auf Platz 3 geschafft hat. Auf Platz 3 haben wir das Spiel Mini Settlers. Es erscheint ebenfalls am 8. August 2024. Aber erstmal nur im Early Access. Es gehört dem Genre Indie und dem Genre Simulation sowie Strategie an. Entwickelt wird es von Night Owl Games, gepublished wird es von Goblins Publishing sowie Indie Arc. Indie Arc habe ich auf jeden Fall schon öfter mal gelesen. Mini Settlers ist ein minimalistischer City Builder. Wir besiedeln Inseln, errichten Städte und bauen effiziente logistische Netzwerke auf, um den Bedarf unserer Gebäude zu decken und um unsere Bevölkerung wachsen zu lassen, damit wir neue Welten entdecken können. Da ich sehr auf Automations- und Simulationsspiele abfahre, hat es das Spiel auch auf meinen persönlichen Platz 3 geschafft. Zudem finde ich Minimalismus in Spielen teilweise auch sehr faszinierend. Nicht nur in Spielen, auch sonst. Wie gesagt, Automation, Simulation und Minimalismus, das ist für mich eigentlich eine ganz gute Mischung. Auf zu den Details. Es handelt sich um ein Singleplayer-Spiel mit deutscher Sprachunterstützung sowie Steam-Errungenschaften. So wie ich das sehe, wird es erstmal nur unter Windows spielbar sein und zunächst auch nur über Steam erhältlich sein. Ein späterer Release auf Epic ist aber ebenfalls von den Entwicklern geplant. Noch gibt es keine Informationen zum Preis, ich vermute aber mal, dass es unter 15 Euro liegen wird. Das erfahren wir aber wohl erst zu Release. Wie ihr vermutlich raushören konntet, bin ich hier etwas gebiased, wie es so schön heißt. Da hat das Spiel eben zu meinen Lieblingsgenres Automation und Simulation gehört. Trotzdem denke ich, dass in dem Spiel sehr viel Potential drin steckt. Genau, weiter zu Platz Nummero 2. Rattenreich. So heißt das Spiel, dass es auf Platz 2 geschafft hat. Es erscheint am 9. August 2024 im Early Access und gehört den Genres Indie und Strategie an. Entwickelt wird es von Metal Adler Studio, gepublished wird es von Crytivo. Beides Namen, die ich jetzt noch nicht gehört habe. Rattenreich ist ein RTS, das sich auf realistische Kämpfe in einer einzigartigen Steampunk- bzw. Dieselpunk-Welt konzentriert, die durch einen andauernden Krieg zwischen Ratten, Mäusen, Kakerlaken und Eidechsen zerrissen wird. Da ich auch sehr viel übrig habe für RTS-Games, mir hier das Setting der Spielwelt gefällt und die Grafik auf den Screenshots zumindest ganz brauchbar aussieht, hat es das Spiel eben auf meinen persönlichen Platz 2 geschafft. Es handelt sich bei Rattenreich um ein Singleplayer-Spiel mit deutschem Text, aber englischem Audio. Steam-Errungenschaften soll es hier ebenfalls geben. Zunächst wird es auf Windows-PC spielbar sein, soll aber auch auf die Xbox und die PS5 kommen. Aktuell sieht es so aus, als ob es zu Release nur auf Steam erhältlich ist. Zu den anderen Stores habe ich leider nichts gefunden. Was den Preis angeht, kann ich mich hier nur auf das zugehörige Kickstarter-Projekt verlassen und dort ist für das vollwertige Spiel 25 Dollar angegeben. Ich vermute also, dass es zu Release so um die 25 Euro kosten wird. So, dann schauen wir uns doch mal an, was es auf Platz 1 geschafft hat. Fields of Mysteria. Es erinnert sehr stark an Stardew Valley, aber in meiner Welt ist das durchaus was Positives. Wenn es auch nur annähernd an Stardew Valley rankommt, wird mir das Spiel doch für einige Stündchen Spaß bereiten. Fields of Mysteria erscheint am 5. August 2024 im Early Access und zählt zu den Genres Indie, Rollenspiel und Simulation. Der Entwickler und Publisher heißt NPC Studio, die haben bis jetzt noch keinen Track-Record und das scheint ihr erstes Spiel zu sein. Deswegen ist hier, obwohl das auf meinem persönlichen Platz 1 gelandet ist, ein wenig Vorsicht gar nicht so verkehrt. Fields of Mysteria verspricht ein charmantes Farming-Live-Sim-RPG zu sein. Wir können die Farm unserer Träume bauen und müssen unser neues Zuhause nach einem verheerenden Erdbeben wieder aufbauen. Eine Welt voller Möglichkeiten, Magie und Abenteuer soll hier auf uns warten. Ich liebe Stardew Valley und ich liebe einige Stardew Valley-ähnliche Ableger. Deswegen, und da das Spiel auf den Screenshots so aussieht, als hätten sich die Entwickler echt Mühe gegeben und die Spielwelt mit viel Liebe und mit nur etwas Plagiarismus gestaltet, ist das Spiel für mich in der kommenden Woche das interessanteste der vorgestellten Spiele. So, das waren alles Spiele. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt eventuell auch ein Spiel entdeckt, das ihr ganz interessant findet. Falls ja, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr mal eins dieser Spiele zu Release Nier sehen wollt. Dann werde ich, sofern meine Zeit reicht, ein Angespielt-Video dazu machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis nächsten Sonntag. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis nächsten Sonntag.